Ich glaube, ihr habt heute einen verdammt guten Tag erwischt. Ist das nicht Walter, dieser Kopfgeldjäger? Soll der schnellste Schütze aus Winterberg sein? Der Walter, das ist ein ganz gemeiner Killer. Dein Vater war ein gemeiner Dieb und ein Gauler. Mein Vater war unschuldig. Wer bist du? Seid Osman. Seid Osman der Nanomort namens Winterberg. Alle auf der Suche nach GANIMA. Die gierigen Sieben. If you are, come auf der Suche nach GANIMA. Deine Frau. Ich bin der Haare Matthäus. Untertitelung des ZDF, 2020